Was wir am Norden am meisten lieben, ist das Meer und die Natur, die uns jeden Tag aufs Neue inspiriert. Deswegen haben wir unser Modelabel Shisha Clothing vor 15 Jahren hier in Kiel gegründet. In diesen Jahren haben wir viele schöne Erinnerungen gesammelt, viele interessante Menschen getroffen und viel von der Welt gesehen. 15 Jahre in der Textilindustrie haben uns aber auch die Abgründe und die extremen Umweltbelastungen vor Augen geführt. Sieben Milliarden Menschen weltweit tragen Kleidung und der dominierende Rohstoff ist Baumwolle. Damit ist Baumwolle eines der meistangebauten Agrarprodukte der Welt. Über 90 Prozent dieses Rohstoffes wird mit hoher Belastung für die Umwelt angebaut. Deswegen haben wir bereits vor Jahren beschlossen Shisha Clothing Fair in Portugal zu fertigen. Wir aber wollen mehr. Mehr bewegen. Mit Shisha Clothing haben wir bereits den ersten Schritt gemacht. Uns reicht aber nicht nur eine faire Produktion. Wir schaffen eine neue Marke. Wir schaffen Norlys. Für Norlys benutzen wir ausschließlich vegane, recycelte und nachhaltige Materialien. Unsere verwendete Baumwolle ist 100 Prozent biologisch und bei der Produktion legen wir besonderen Wert auf faire Arbeitsbedingungen. In unserem neuen Kieler Headquarters entstehen Designatelier, Logistikzentrum, Fotostudio, Büro und Flagshipstore an einem Standort. Hier entsteht auch Norlys. Von der ersten Idee über das Design bis hin zum nachhaltigen Produkt. Wir haben eine Vision. Gemeinsam mit dir wollen wir die Fast Fashion Industrie verändern. Um Norlys Realität werden zu lassen, drucken wir 666 Genussscheine auf Stoff. Für 150 Euro sicherst du dir deinen Genussschein und bekommst 15 Jahre lang jedes Jahr ein exklusives Norlys Bekleidungsstück als deine Dividende. Mitternahe Untertitelung des ZDF, 2020